Was ist für dich in Europa gekommen? Ich bin nach Europa gekommen als junger Tänzer, weil es gab in Europa... Ich war in New York, ich hatte nicht so viel formelle Schule eigentlich im Tanz, aber ich war schon in der Stadt Arbeit zu finden. Aber es war eine Idee von einem Lehrer für mich, um es zu versuchen in Europa damals. Es gab viele Arbeiten in Deutschland damals. Und ich habe vorgetanzt, zufällig war das damals das erste Mal ganz zufällig vorgetanzt, war Pina Bausch und die war unbekannt noch in der Zeit. Er ist später eigentlich bekannteste europäische Choreografen des 20. Jahrhunderts geworden. Und er hat mich eigentlich eingeladen als eine Art einer Lehrplatz in Deutschland. Ein bezahlter Lehrplatz. Ich bin ein Tanzaner, wo er sehr stark war. Er war sehr natürlich für mich. Diese Kombination von teatrem und dannen. Ich habe erst gemacht, aber in diesem Zeitpunkt, in den 70er Jahren, die Danzer waren sehr stark. Es war sehr gut. Ich war gut mit ihnen. Und dapp Ich habe dann auch eine Idee. Es war ein sehr vieles派es von H네요. Es war, ja, der Unter teria. Und die Unterrichtung waren, was ich an der Zeit noch nicht mehr. Was ich noch ein Teil der Unterrichtung hat? Aber in dieser Zeitpunkt war das zu sein, dann in dieser Zeitpunkt war eine sehr moderne Erwartung. Ich habe auch im Klassik gearbeitet, ich habe auch in einem Klassiker gearbeitet. Ich war der Außenseite und in der Zwischenzeit bin ich der Establishment. Das kommt durch Erfolg von der Arbeit. Ich war ein bisschen vor meiner Zeit. Ich habe eine sehr zugängliche Arbeit gemacht für ein breites Publikum, aber zur gleichen Zeit auch mit einem künstlerischen Niveau. Das hat viel Erfolg gehabt und es bleibt so. Aber wir spielen sehr viel für ein junges Publikum. Also ich habe sehr viele Vorstellungen, die spielen eigentlich für die ganze Familie. Es ist ein Stück, die über eine schon witzige Art geht, über Theater. Kunst und Kultur und Leute, die das machen wollen. Und irgendwie, das ist der Thema eigentlich. Das heißt, der Titel ist, wie ich sage, die Situation ist, wenn ich hier ein Tanzer habe, wenn ich hier ein Tanzer habe, aus der normalen Leben, wie man sieht. Diese sind die Entscheidungen, die man macht, man machte, man machte, man machte, man machte. Soprattutto in der Danze, denn in der Danze gibt es wenige hier. Das ist sehr interessant, denn die Leute von diesem Gruppen haben die 31 Jahre alt, aber die anderen sind alle 45 Jahre alt. Für mich, in der Danze, das ist schon sehr alt, aber das ist sehr interessant für mich. Die Arbeit ist auf der Basis der Leute, also wenn man diese Idee ist, muss man sehr natürlich sein. Das ist schon ein Problem, denn die Leute, die Leute, die hier auf dem Tisch, machen sie ein Hochdeutsch. Für mich, das ist nicht natürlich. Das ist nicht natürlich. Ich fühle mich, wenn sie im Dialekt sprechen, das ist mehr natürlich. Und das ist eine Entscheidung, denn nicht alle verstehen. Aber ich glaube, dass man in dem Kontext alles verstehen kann. Ja, echt! 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 Schöne dich zu sehen, Opa! Du, ich muss dir sagen, ich bin da so dankbar, du hast so viel für mich getan. Und dann, die Menschen, die Menschen haben, ihre Hüter gegriffen und geoffert. Also, dass der Energie movement ist, ich glaube, dass es sehr schön ist. Ich glaube, dass es sehr schön ist. Ich glaube, Es ist sehr schön ist. Aber es ist passiert. Und dann haben wir eine Geschichte. Aber es ist interessant, denn es beginnt von einer Seite und dann kommt eine andere Seite, und ich glaube, dass es nicht erwartet wird. Und das ist es, ich mag es. Applaus